Herzlich willkommen zurück! Wir sind jetzt beim Fenster Gleichung Teil Ursprungsgerade. Den Sinn für dieses Video ist es, eine Ursprungsgerade in ein Koordinatensystem einzuzeichnen. Wir haben die Geradengleichung einer Ursprungsgerade gegeben und wir sollen die zugehörige Gerade dann in ein Koordinatensystem einzeichnen. Und damit sind wir auch schon bei der ersten Aufgabe. Wir haben hier die Geradengleichung y ist gleich dreimal x gegeben und unsere Aufgabe ist es nun die zugehörige Gerade hier in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Wenn wir diese Geradengleichung noch mal kurz betrachten, dann können wir recht schnell erkennen, dass das die Gleichung einer Ursprungsgerade sein muss. Warum? Denn wenn wir hier für die x-Koordinate den Wert 0 einsetzen, dann erhalten wir y ist gleich 3 mal 0 und hier kommt dann für die y-Koordinate 0 raus. Das heißt, die Gerade ist eine Ursprungsgerade und geht durch den Punkt 0,0. Das heißt, wir können uns diesen Punkt hier im Koordinatensystem sofort markieren, weil die Gerade, die wir dann zeichnen, muss auf jeden Fall durch den Ursprung durchgehen. Und nun, um die Gerade hier auch wirklich einzeichnen zu können, brauchen wir einen weiteren Punkt. Und den können wir ganz schnell mit Hilfe der Steigung k finden, denn die Steigung hat hier den Wert 3 und wir haben ja schon gelernt, dass die Steigung uns erklärt, dass wenn wir genau einen x-Schritt gehen, das heißt, die x-Koordinate ändert sich um 1, um wieviel sich dann die y-Koordinate ändert. Das heißt, hier in diesem Fall haben wir bei einer x-Koordinate von 1, also die x-Koordinate ändert sich zum Beispiel von 0 auf 1, dann muss sich dementsprechend die y-Koordinate auf den Wert 3 verändern. Das heißt, wir können hier einen weiteren Punkt einzeichnen bei x1 und y3. Das heißt, ungefähr hier. Nun haben wir zwei Punkte gefunden, die garantiert auf der Geraden liegen. Und wenn wir nun die beiden Punkte miteinander verbinden, dann erhalten wir die entsprechende Gerade. Hier haben wir nun die Geradengleichung y ist gleich minus x gegeben. Hierbei handelt es sich wieder um die Gleichung einer Ursprungsgerade. Also wir können sofort den Punkt 0,0 einzeichnen, weil die Gerade, die dieser Gleichung hier entspricht, ganz sicher durch den Punkt 0,0 durchgehen muss. Nun brauchen wir wiederum einen weiteren Punkt, damit wir die Gerade einzeichnen können. Und hier können wir erkennen, dass die Steigung bei dieser Geradengleichung den Wert minus 1 hat. Sprich, wenn wir einen Schritt nach rechts gehen, also einen Schritt auf der x-Achse. Das heißt, unsere x-Koordinate ändert sich von 0 auf 1. Dann ändert sich entsprechend die y-Koordinate um minus 1, also hier in diesem Fall von 0 auf minus 1. Und wir haben hier einen weiteren Punkt, der auf sich auf unsere Geraden liegt, nämlich bei 1, also bei der x-Koordinate 1 und bei der y-Koordinate minus 1. Wenn wir nun die beiden Punkte wieder miteinander verbinden, dann erhalten wir folgende Gerade. Und diese Gerade ist die Lösungsmenge von dieser Geradengleichung. Die nächste Aufgabe haben wir die Geradengleichung y ist gleich minus 5 Drittel mal x gegeben. Diese sollen wir wiederum, also die Gerade, die die Lösungsmenge dieser Gleichung ist, sollen wir wiederum in das Koordinatensystem einzeichnen. Bevor wir das aber gemeinsam tun, versucht das bitte kurz alleine und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung der Aufgabe sprechen. Gut, also bei dieser Geradengleichung handelt es sich wiederum um die Gleichung einer Ursprungsgerade, sprich einer Gerade, die durch den Punkt 0 0 geht. Das heißt, wir können hier den Punkt auch gleich einzeichnen, denn dieser liegt sicher auf unsere Geraden. Und nun haben wir hier eine Steigung von minus 5 Drittel gegeben. Und wir haben ja gelernt, dass sozusagen der Wert der Steigung gibt uns an, um wie viel sich die y-Koordinate verändert, wenn sich die x-Koordinate genau um 1 verändert. Das heißt, in dem Fall, wenn wir hier hier einen x-Schritt gehen würden, dann müssten wir minus 5 Drittel y-Schritte gehen, also auf die y-Koordinate müsste sich um minus 5 Drittel ändern. Das können wir nur schwer abschätzen und mit dem freien Auge eigentlich nicht wirklich gut einzeichnen. Das heißt, hier ist es viel leichter, einfach einen weiteren Punkt zu berechnen, der ebenfalls auf diese Geraden liegt. Und man kann hier schon ein bisschen erkennen, wir haben hier eine Division durch 3. Das heißt, wenn wir für x einfach den Wert 3 einsetzen würden, dann bekommen wir auf jeden Fall wieder einen ganzzahligen Punkt, den wir dann auch gut einzeichnen können. Das heißt, wir nehmen die Geradengleichung und setzen für den x-Wert einfach mal 3 ein und schauen, welchen y-Wert wir dann erhalten. Das heißt, y ist gleich minus 5 Drittel mal 3. Das heißt, das kürzt sich weg und übrig bleibt nur minus 5. Das heißt, wir können den Punkt vielleicht einfach A nennen und der Punkt ist, die x-Koordinate ist 3 und die y-Koordinate ist minus 5. Das heißt, die unsere Geraden liegt ganz sicher am Punkt 0 und sie geht durch den Punkt 3 minus 5. Das heißt, wir können auch diesen Punkt hier bei der x-Koordinate 3 und der y-Koordinate minus 5 einzeichnen und die Gerade muss auch durch diesen Punkt durchgehen. Das heißt, wenn wir die beiden Punkte nun miteinander verbinden, dann erhalten wir die Gerade und diese Gerade ist die Lösungsmenge von dieser Geradengleichung.